Als U-Boot-Kommandant gegen England Von Günther Georg Freiherrn von Forstner Kapitän-Leutnant Zur Unterseebootswaffe kommandiert Alljährlich, ungefähr zur Zeit der großen Herbstmanöver, erfolgen in der kaiserlichen Marine die Neukommandierungen der Offiziere für das am 1. Oktober jeden Jahres beginnende neue Ausbildungsjahr. Dem Außenstehenden kann kaum verständlich sein, was sie für uns Marineoffiziere alles bedeuten. Wohl bringt auch den Offizieren unserer älteren und großen ruhmreichen Schwester, der Armee, das Militärwochenblatt oft einschneidende Veränderungen. Der eine wird vom Osten zum Westen versetzt und schwer fällt ihm der Abschied aus der liebgewonnenen alten Garnison, von lieben Kameraden. Ein anderer muss wie von den Kameraden auch von den in der Nähe seiner alten Garnison wohnenden Verwandten scheiden, um fernerhin in einer anderen Ecke unseres lieben Vaterlandes für Deutschlands wer und ihr zu dienen. Da heißt es unter der Bevölkerung eines anderen Stammes unseres Volkes lieben und dessen Söhne zu Streitern und Verteidigern von Thron und Vaterland heranzubilden. Wir von der Marine haben nur wenige Garnisonen. Aus Masuren zum lachenden Rhein oder aus einer kleinen ländlichen Garnison in eine Großstadt oder gar in die Reichshauptstadt können wir nicht kommen. Wir bleiben stets alten Kameraden und der Wasserkante nahe. Stets finden wir Bekannte in unserer neuen Marine Garnison, unserem neuen Heimathafen und sogar ein mehrjähriges Kommando auf einem Auslandskort zertrennt uns nur für diese Zeit von alten Freunden, während wir auch auf jedem unserer Schiffe draußen schon alte Bekannte von früher aus der Heimat vorfinden. Dennoch gibt es einen großen tiefeinschneidenden Unterschied zwischen unseren Kommandierungen und den Versetzungen unserer Kameraden der Armee. Es heißt bei uns so oft, einer lieben alten Waffe liebewohl zu sagen und zu einer neuen Waffe überzutreten, oder gar auf noch nicht bekannter Schiffsgürtung unserem allerobersten Kriegsherrn zu dienen. Vom Linienschiff mag es auf ein Torpedoboot, vom Torpedoboot auf einen Kreuzer oder vom flinken Kreuzer in eine Landstellung, auf den Drehschimmel eines Büros in die Papierkneite gehen. Derartige Wechsel der Waffe kennt die Armee kaum. Der Infanterist bleibt Infanterist, der Kavallerist auf stolzem Rosse, und der Artillerist verlässt seine Kanone nicht. So muss es dort sein, anders bei uns. Der Kommandant eines Torpedoboots muss auch mit dem Dienst auf den großen Brüdern, Linienschiffen und Kreuzern vertraut sein, denn nur, wer das Leistungsvermögen der anderen Waffe kennt, kann ihre Fahrzeuge wirksam angreifen und zur Strecke bringen. Auch ist ein Wechsel in der Besetzung der verschiedenen Schiffsklassen schon notwendig, weil auf kleinen Fahrzeugen nur Offiziere bis zu einem gewissen Dienstgrade und Dienstalter Verwendung finden. Wie in den Regimentern der Armee wird also auch auf allen Schiffen der Flotte den Veränderungen mit den größten Erwartungen entgegengesehen. Freude wechselt nach der Veröffentlichung mit gemischten Gefühlen. Hier ist das erhoffte Kommando als Kommandant eines flinken Torpedoboots erreicht. Hurra! Es geht zur schwarzen Kunst zurück, zur alten liebgewonnenen schneidigen Torpedoboffe, die man traurigen Herzens vor einigen Jahren als flotter Wachoffizier verließ. Dort aber steht ein Kamerad allein und stumm. Nein, er schimpft, denn er muss an Land, er sieht den grünen Tisch und die dicken Aktenbündel in Gedanken schon vor sich. Zu ihrem stärkeren Anschwellen soll er in den nächsten Jahren, ach, noch so wesentlich beitragen. Bewahr uns Gott vor Sturm und Wind und Fässern, die Volltinte sind. Diesen schönen alten Seemannsspruch gab uns seinerzeit, als wir als Fähnriche zur See den Staub der Marineschule, die etwa der Kriegsschule der Armee entspricht, von unseren Schuhen schüttelten, unser allverwehrter Direktor der Marineschule mit auf den Weg und erweckte in unseren jungen Herzen zündende Begeisterung. Aber doch hat es schon viele von uns gehascht, das dumpfe Geschäftszimmer etwa eines Adjutantentostens. Fast immer wird ein solches Landkommando ungern vom Seeoffizier angetreten. Da erinnere ich mich an eine Geschichte, die vor Jahren in der Flotte ein eben beförderter junger Leutnant sich leistete. Aus persönlichen Gründen bat er seinen Kommandanten, ihn für den Winter ein Landkommando zu verschaffen. Der gutmütige alte Heer, eine echte prächtige Seemannserscheinung, der man auf den ersten Blick ansah, dass er so manches Mal das Weltmeer mit seinem Schiff durchquert hatte, hielt es für gänzlich unverständlich, dass ein Blutjunger, eben erst zum Leutnant beförderte Seeoffizier sich nicht nach der christlichen Seefahrt, anstatt nach dem Staube des Kasernenhofes sehnte. Er klopfte dem Bittsteller daher liebevoll auf die Schulter und fragte nur, mit welchem Lebensalter er in die Marine eingetreten sei. Mit 18 Jahren, Herr Kapitän, lautete die Antwort. Na sehen Sie mal, da sind Sie nun 18 Jahre lang ununterbrochen hintereinander an Land gewesen und wollen jetzt schon wieder dorthin? Wenn Sie es erst auf eine ebenso lange Fahrzeit an Bord gebracht haben werden, dann können wir vielleicht wieder einmal darüber reden. Beschämt und gründlich bekehrt verließ der Leutnant die geheiligten Räume der Kommandantenkajüte, und soviel ich weiß, hat er bis heute sein Gesuch nicht wieder erneuert. Nun brachte uns die Herbstkommandierung etwas gar Überraschendes. Bisher war man von Schiff zu Schiff oder allenfalls zwischendurch auf ein Torpedoboot kommandiert worden, und konnte stets schon bei Ausspruch der Kommandierung gleich einen Überschlag machen, ob das neue Kommando einem wohl auch gut läge. Doch jetzt? Ja, da steht es schwarz auf weiß, zur Unterseebootswaffe kommandiert. In ein tiefes unerforschliches Dunkel verschwanden die Gedanken bei dem Versuche, mit diesem kurzen inhaltsschweren Tenor der Kommandierung etwas Greifbares zu verbinden. Stolz waren wir wenigen Kameraden, die für die neue U-Boot-Waffe ausersehen waren, alle sofort. Mit Recht stolz darauf und froh, weil wir uns sagen dürften, hier sei wahrscheinlich etwas zu leisten bei Entwicklung einer neuartigen Waffe, die unser allerhöchster Kriegsherr eben erst den anderen Waffen der Marine zugesellt hatte. Aber, offengestanden, mischte sich in diesen berechtigten Stolz wohl bei allen ein nicht minder berechtigtes Gefühl der Besorgnis, wirst du es auch schaffen? Wusste doch niemand von uns, wie sich seine neue Tätigkeit und seine neuen Lebensverhältnisse nunmehr gestalten würden. Vielleicht fragte auch mancher, ob er den körperlich gewiss hohen Anforderungen an das Leben auf einem Unterseeboote wohlgewachsen sein würde. Bekanntlich entwickelten die Franzosen, denen die Engländer nur ungern, in schlauer Vorsicht folgten, als erste einen brauchbaren Unterseebootstyp. Wir dagegen hielten uns in richtiger Bewertung bei den ersten kostspieligen, langwierigen und nicht ganz gefahrlosen Versuchen mit U-Booten scheinbar, nur scheinbar, im Hintergrund, bis die Versuche endlich Front- und Kriegsbruchbare Unterseeboote geliefert hatten. Wohl fehlte es nicht an Stimmen im Volke und, wie ich jetzt wohl aussprechen darf, auch in der Marine, die schnelleren Ausbau der neuen U-Boot-Waffe forderten und gegen das vermeintliche Zögern unserer verantwortlichen Marinebehörden eintreten zu müssen glaubten, da die Franzosen nach ihren Schilderungen bereits glänzende Erfolge zu verzeichnen hatten. Es war gut, dass wir nicht wie unsere Gegner von heute mit Nachrichten über Friedenserfolge unserer U-Boote prallten. Wir sahen ruhig zu, wie fremde Nationen sich vor den Völkern des Erdballs mit Erfolgen ihrer Unterwasserboote brüsteten. Wir konnten es ruhig tun. Unsere Stunde kam später. Das wussten wir. Darum gelang es uns in diesem Kriege zu Lande, auch zu wasserneue, fast unbekannte Streitmittel gegen unsere Feinde einzusetzen und ihnen arge Überraschungen zu bereiten. Die größte Überraschung hat wohl Laien und Fachmann an das im bisherigen Verlaufe des Siegkrieges oft entscheidende Auftreten unserer U-Boote gebracht. Weder unser Volk noch die Feinde hatten im Vergleiche unserer und feindlicher Siegstreitkräfte viel mit der U-Boot-Waffe gerechnet. Doppelt groß war das Staunen, als sie dem Siegkrieg, wenigstens in der ersten Zeit, geradezu ihren Stempel aufdrückte. Ich erinnere mich genau eines Gespräches, das ich vor einer Reihe von Jahren, als ich gerade zur U-Waffe kommandiert worden war, mit einem hohen alten Armeeoffizier in einem mecklenburgischen Städtchen im Kreise vieler Kameraden der Armee führen dürfte. Als der betreffende Heer von meinem Unterseebootskommando erfuhr, auch unsere Antipodien, die Luftwaffe, befand sich gerade in der allerersten Entwicklung, brach er nur in die aus innerstem Herzen kommenden Worte aus, ach Quatsch. Lieber F. Gehen Sie da nicht hin! Das Wasser ist für die Fische und die Luft für die Vögel. Hat es nicht noch manch anderen im deutschen Vaterlande gegeben, der gleicher oder ähnlicher Meinung noch vor wenigen Jahren gewesen ist? Wo aber wären wir in diesem Weltkriege hingekommen, wenn wir nicht unsere trefflichen Luftwaffen auf die uns alle mit gerechtem Stolz erfüllende Höhe und unsere liebe U-Waffe, ich darf wohl scherzeshalber sagen, auf die richtige Tiefe gebracht hätten? Das U-Boot stets auf der richtigen Tiefe zu halten, ist beiläufig ein Haupterfordernis des Unterwasserkrieges. Doch nach jener Kommandierung war das Wesen der U-Waffe auch uns noch mit einem dunklen Schleier verhüllt. Wir wussten nur, dass unser erstes Boot, das liebe, gute, alte, brave U-1, seine Probefahrten gut überstanden hatte. Wir verdanken ihm viel, da es sich gleich als unser erstes U-Boot vorzüglich bewährte. Ich selbst hatte kurz nachher die Ehre, es über zwei Jahre zu befehligen. Ferner wussten wir nur noch, dass weitere U-Boote vorgesehen waren, und dass der Dienst geheim war. Das gab kein deutliches Bild, aber das U-Boot betreten dürften wir trotz unserer schon ausgesprochenen Kommandierung noch nicht. Hierauf mussten wir weitere drei bis vier Wochen warten, bis der 1. Oktober, der Tag des Beginnes unseres U-Bootskommandos, kann. Es bestand nämlich ein strenger Befehl, der sogar Marineoffizieren das Betreten des U-Bootes ohne besondere schriftliche Erlaubnis unserer vorgesetzten Behörde verbot, falls sie nicht wenigstens Admiral waren. Ein hochgestellter Stabsoffizier, der dicht vor seiner Beförderung zum Admiral stand, wollte sich eines Tages das friedlich am Bollwerk vertaute erste deutsche Unterseeboot ansehen, kam zu meinem wachhabenden Unteroffizier an Bord und verlangte Zutritt. Nach Instruktion musste dieser den Zutritt verweigern und die Meldung machen, dass er nur Admiraln ohne besonderen schriftlichen Ausweis das Boot zeigen dürfte. In diesem Sinne beschieden, konnte der hohe Offizier nur in die Worte ausbrechen, Vorgesetzte bitte ich niemals um Gefälligkeiten, Admiral werde ich erst recht nicht, also werde ich ein Unterseeboot niemals zu sehen bekommen. Er sollte leider Recht behalten, denn bald erlag er einer heimtückischen Krankheit. Wir selbst waren mit der strengsten Geheimhaltung unserer U-Boote als U-Bootskommandanten voll und ganz einverstanden. Es hat keinen Zweck, von einem Geschäft zu reden, bevor es fest im Sattel sitzt, und es hätte uns fraglos in der ersten Zeit auch zu sehr gestört, wenn es jedem Offizier der Flotte gestattet gewesen wäre, uns aufzusuchen. Es wäre ausgeschlossen gewesen, alle Besucher zu führen oder ihre Fragen zu beantworten, ohne gleichzeitig die mannigfachen erforderlichen Instandhaltungsarbeiten im U-Boote zu stören oder wichtige Arbeiten und Versuche zu verzögern. Man hat es uns jetzt verziehen, wir haben uns in der ersten Zeit aber fraglos deswegen nicht gerade beliebt gemacht. Jetzt, wo der Schleier, der über unserem Handwerk lag, zum Teil gefallen ist, darf ich innerhalb gewisser Grenzen unser Leben und Treiben an Bord eines U-Botes schildern.